Hallo meine lieben bayerische Sächse Zuschauer, jetzt sind wir ja schon fast im Winter angekommen und heute stelle ich euch eine ganz besondere Frage, die mit Kälte und mit München zu tun habt. Also seid gespannt. Ja, jetzt kommen wir erstmal wieder zur Lösung von der letzten Hausaufgabe. Da habe ich euch gefragt, ist Matthias, der Bodybuilder aus dem Video, ein Sechzger-Fan oder ein Bayern-Fan? Und richtig, er ist ein roter, nämlich ein echter Bayern-Fan und das sind meine Gewinner. So, jetzt aufpassen, ihr seht jetzt gleich drei verschiedene Logos für die Olympia-Bewerbung 2018. Na, welches Logo gefällt euch am besten? Ich finde ja alle drei sehr schön, aber eines davon hat gewonnen und das ist meine Frage. Welches Logo hat gewonnen? Schreibt mir eure Antwort, wie immer, als Kommentar unter mein Video. Ich bin gespannt auf die richtige Lösung und ich hoffe, ihr kommt auch auf die richtige Antwort, ohne im Internet nachzusehen. Also, bis zum nächsten Mal, eure Ninja und ja, trinkt am besten auch noch gleich einen Glühwein für mich mit. Ich freue mich nämlich jetzt schon richtig auf die Christkendel-Märkte und auf die Weihnachtsmärkte. Ciao! So, kann ich anfangen? Ich habe eine ganz besondere, nein nochmal, was habe ich heute? Eine ganz besondere Frage, gell? Im Internet, nein! Echt? Für die Olympia, was? Tollwut geht bald wieder los, gell? Weil ich gerade Glühwein ließe. Ich sage jetzt erstmal, ihr seht jetzt gleich drei verschiedene Logos. Das ist der geilste Film, was Tierfreundschaft und was den Hund angeht, den ich je gesehen habe.